Was geht, was geht meine Freunde? Ich hoffe euch geht's gut. Heute ziehen wir uns rein. Deutsch-Rap-Samples aus Animes. Ich bin gespannt. Let's go und gib ihm. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Schreib ich dir gerne Songs. Keine Hits. Es ging darum, dass sie vom Herzen kommen. Okay, Naruto. Es sind wahrscheinlich einige Songs dabei. Schau mal, ob auch von Dragon Ball was dabei ist. Würde ich auch anders fühlen. Okay, krass. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, stimmt. Krass. Kommt mir auch echt bekannt vor, aber kann ich nicht zuordnen. Und das war meine Karriere bis zum heutigen Tag. Für jeden Fan, der mich liebt. Für jeden Freund, der mich mag. Alter, stimmt. Mann, wie lange das einfach schon her ist. 2, 12. Holy. Ich wollte mit diesem Track einfach meine Meinung sagen. Keine neuen Staaten, sondern alte Feindschaften begraben. Uh, das kenn ich, das kenn ich. Farid Bang. Intro. Asphalt Massaker 1, glaube ich. Asphalt Massaker 2, so ein heftiger Beat einfach nur. Geiler Song, Mann. Das ist wirklich in der Beat halt auch, pff. Anderes Level. Asphalt Massaker 2, so ein heftiger Beat. Asphalt Massaker 1, glaube ich. Boah, ja, kenn ich den Song, aber niemals. Wirklich niemals. Wäre ich da drauf gekommen. Du würdest alles tun, um sie nicht zu verlieren. Und erzählst mir, lässt die Sterne heller funkeln wegen ihr. julia gets captured 1986 was ist das für ein anime fist of the north star junge da denke ich mir wie kann man das erkennen niemals im leben hätte ich das gecheckt dass das von dem anime ein sample ist bruder einfach hafft die auf ganz jung frankfurt goldstein repräsent dieser rapper den sogar dein daddy kämpft al-qaida camp ich bin in haftis gang welcher auch nie drauf gekommen das klingt geil auch wenn meine zeit auf dieser erde begrenzt ist durch meine taten bleibt mein name für die unendlichkeit jeder kennt mich schon weit ich bin eine legende ob tot oder tot oder tot oder lebendig es kommt mir auch anders hart bekannt vor ich könnte das für ein song sein speed up was digger das doch irgendwie flair gegenwart und museen oder wieder hieß dass es kommt daher das kommt daher bruder anders wird das muss ich noch mal einfach schneller gepitscht den beat habe ich so krass damals gefeiert also feiere ich immer noch anders hart aber wohl wer kennt das nicht berlin vor kontakt ich kann auch so ein wildes lied man einfach weil du toll bist einfach ton weg wir denken in uns einfach oder einfach stumm geschalten in dem video perfekt hallo okay das video ist vorbei ich denke es war nicht so geplant aber echt auf jeden fall ein paar krasse lieder dabei war nice war echt geil man also dieses gegenwart man anders wild ich hoffe euch hat es auch gefallen freunde liken und abonnieren nicht vergessen peace und bis zum nächsten mal